Nr Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecrafts geist erledigt mit dem Kinsey und die E-E-E-M-O-S-A-N-N-D-O-K-O-S-B-O-T Ich bin weggelaufen. Ich wollte dich schon immer mal mit einem Pneumatik-Servo hauen. Von der Hacke haben wir nicht geredet hier. Achso, okay. Entschuldigung, ging irgendwie an mir vorbei. Oh Mann, jetzt habe ich Hackenschmerzen. Du bist doch Hacke-Dicht. Jetzt habe ich auch einen Leck. Kann das sein, dass du da ziemlich viele Sachen rumliegen hast mittlerweile? Nee, es ist eigentlich alles weg. Ganz, ganz sicher. Ganz sicher, aber der Harvester arbeitet wie verrückt, ne? Das ist es vielleicht. Und was es sein könnte, sind die Sablings. Du hast auch so ein bisschen übertrieben mit der Größe da, wenn ich das mal sagen darf. Ein wenig, oder? Dann gib mir doch einfach mal Samen und... Ich geb dir gleich Samen. Könnte ich bitte deine Samen haben? Was für Samen? Ganz einfache Weizensamen. Die sind doch da hinten in der Truhe. In der Truhe beim Hochofen, in der anderen. Links daneben, da sind Samen für Weizen drin. Keine Ahnung warum. Ah, sehr gut. Ich habe keinen Platz. Scheiße. Hm, sehr gut. Ja, ich muss ja auch noch... Ich wollte ja eigentlich auch... Ich sehe gerade, was ich im Inventar habe. Fällt mir gerade wieder ein, was ich eigentlich machen wollte. Ich muss nämlich Item Docks produzieren. Hm, sind glaube ich unten noch ein paar drin, aber nicht die Welt. Würdest du deinen Hammer eigentlich mal wieder haben? Oh ja, bitte gib mir mal den Hammer wieder. Liegt hier. Ich fühle mich so nackig ohne meinen Hammer. Pfff! Der reißt auch nichts mehr raus. Oh! Alter! So! Okay! Silikon habe ich jetzt vier Stück. Das heißt, ich kann mir Möpse machen und zwei Buckel. Ja, ich habe dann auch noch ein bisschen Raw Plastik. Da kannst du vielleicht das Silikon in deinen Möpsen noch ein bisschen ausfüllen. Oh geil! Damit mir das auch gefällt. Okay. Wir müssen ja schon eine gewisse Größe haben, warte. Einen mit Diamant, drei mit Gold und zwei drei. Bitteschön, Plastik für dich. Oh, du bist so nett. Oh Gott, oh, ein versteckter Eingang, ist ja cool. Hinter den Weinen. Diamant. Oh, sehr cool. Ich traue hinterher, dass nicht diese Camouflage-Mod hier drauf ist. Die ist nämlich richtig cool. Kennst du die? Die was? Diese Camouflage-Mod, kennst du die? Nee, was macht die? Die ist ziemlich cool. Ja, damit kann man halt so versteckte Räume und sowas machen. Kannst du auch mit Bildern. Ja, aber damit kannst du richtig geile versteckte Räume machen. Wo du von der einen Seite durchgucken kannst oder einfach Blöcke, die wie normale Blöcke aussehen, aber in Wirklichkeit kann man halt durchgehen oder einen Schalter in einem Block verstecken. Das ist schon ziemlich cool. Gibt es da auch durchsichtige Spiegel? Das wäre cool. Ich habe schon eben gesagt, eine Wand, wo du von der einen Seite durchgucken kannst. Ja, aber auch so richtig mit Spiegeloptik. Das wäre cool. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist bei Minecraft sowieso irgendwie nicht drin. Naja, okay. So Spiegel gedönst. Nee, stimmt. Aber man könnte zum Beispiel die Optik vom Eisenblock geben. Das wäre cool. Das könnte man ja machen. Das könnte man ja machen. Das wäre ja auch noch schwer. Das ist Quarz und Redstone brauche ich. Aber dann kann ich coole Sachen machen. Das ist Quarz. Sehr schön. Vielen Dank. Ich muss ja erst mal zum Planter vorstoßen hier. Einmal das. Einmal das. Da brauchst du schon wieder Fluix Dust. Verdammt. Habe ich noch Fluix Dust? Ich bin im Moorwald gefahren. Hilfe. Nur noch zwei. Das reicht nicht. Nether Quartz, Zeltis Quartz, Redstone. Oh Mann, das hier wird schon wieder kompliziert. Doch, Rubber Saplings brauchen wir ja. Oak Saplings nur da. Kann ich das so machen? Und für den Rest bitte... Ja gut. Ja gut, da muss man schauen. Ja, ich muss man schauen. Ja, geil. Ja, geil. Ist klar. Ja, zäh fix. Geil. Kurze fix Nummer. Das kann ja wohl nicht eingehen. So lasse ich das. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen aussortieren. Zack, zack, zack. Dann sollte sich das irgendwann erübrigen, wenn er das alles abgeerntet hat. Sehr schön. Die Bäume machen sich aber auch ganz gut. Ja, sind die Bäume schön? Gefallen dir die Bäume? Damit gefallen mir. Die Bäume sind schön. Die sind wunderschön, sind die Bäume. Oh, sind die schön. Also, die sind doch toll. Ich glaube, ich möchte mit den Bäumen kuscheln. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Das müssen wir ein bisschen anders gestalten. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich mache auch noch mal Redstone. Dann müsste ich ein wenig Dust 7. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, das Lied ist jetzt auch langsam fertig. Machen wir das zuerst. Merkt man eigentlich, dass ich gar nicht mehr so viel Lust habe, die Bees-and-Trees-Mod zu machen? Ja. Aber ich verstehe eigentlich nicht, warum. Ich finde die ziemlich cool. Ja? Ja, dann haben wir die Frage ja geklärt, wer es weitermacht. Wer was anfängt, der macht es auch zu Ende. Okay, wir lassen uns das gemeinsam beenden. Ja, genau. Gut. Oh, was? Ich habe doch schon ein Tutorial gesehen, aber irgendwie fand ich das jetzt nicht so prickelnd, finde ich. Was fehlt jetzt schon wieder? Was fehlt da schon wieder? Never Quartz, Certus Quartz und Ironing Gods. Ach, das reicht. Aber der liebe Herr will ja, dass ich das leer mache. Dann mache ich das mal leer. Was wüsste ich? Ich schmelze. Ist auch nicht mehr viel. Ja, du musst ja nicht die ganze Schmelze leer machen. Ja. Das reicht. Liedohr brauchen wir aber immer wieder. Wie viel haben wir denn noch? 27 Inglots. Das heißt, ich kann noch... Ja. Genau dreimal gießen, ne? Ich muss gerade daran denken, wie ich in der vorletzten Folge auf einmal nicht mehr wusste, wie eine Workbench gecraftet wird. Wer? Da komme ich immer noch nicht drüber weg. Nein, ich. Du hast schon noch freck gelacht. Ach so. Alter, das war echt so krass. Ja, das ist schon von letzter Session gewesen, stimmt. Stimmt. Da war ich mit dem Bogen ja noch eigentlich ganz gut. Ja, also nicht so ganz gestimmt dabei. Jetzt muss ich wieder lachen. Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Moulton Lead immer noch? 1296 Millibuckets. Wie viel ist das denn in Inglots? Immer noch neun. Habe ich erst zwei gemacht. Gut, dann noch einen. Dann haben wir sechs Lead-Or-Blocks. Was macht denn das Kobalt hier? Wo kommt denn das her? Lässt man hier einfach Kobalt im Casting? Das ist ja unverantwortlich. Wundert mich, dass das noch nicht gerostet ist. Oh Mann. Macht ja die ganze schöne Fressbude voll mit Weins. Irgendwie. Alles gemerkt. Voll lost. Ich find's schön. Sag mal, wie sieht's eigentlich so aus bei dir mit Rubber? Rubber? Kommt da irgendwie noch was rein? Da müsste... Oh, ich hab noch 18 im Inventar. Brauchst du welche? Ja. Hab ich jetzt erst gesehen. Stimmt, ich hatte ja noch was über. Ich hab ja nicht alles gemacht. Achso, die Kiste hast du immer noch unten im Keller. Ja, aber hier ist ein Zugang. Au. Ne. Du, 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 du. Nix drin? Ne, ist kein neuer Rubber drin. Aber ich muss auch... Ich muss sowieso... Eigentlich müsste ich da jetzt gleich, wenn ich's denn jetzt langsam mal fertig hab... Du könntest ihm auch einfach mal sagen, der soll ein bisschen mehr Rubber zerkleinern, also abbauen, also beziehungsweise anbauen. Und nicht so viel von dem anderen misst. Dann wird's flotter gehen. Weil ich brauch momentan doch recht viel Rubber. Ich glaub, ich hab hier irgendwo Verstopfung. Das läuft wieder nicht so richtig. Hm, nice. Ja, ich brauch mal hier... Irgend so ein Mittelchen, damit es wieder läuft. Ah, Senni räumt den Magen auf, oder wie? Ne, ich glaub, ich nehm... Fluid-Dux, äh, Item-Dux, mein ich. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Aber hier so, äh, viel gebraucht wird. Buckets behalte ich. Was mach ich denn jetzt mit dem Crucible? Ich hab schon wieder ein Crucible über. Ich bin dir in den Arsch, in den Arsch. Nein, das mach ich bestimmt nicht, Schubidu. Aber warum denn nicht, Dummiko? Hab ich kein... Haha, was? Wenn, 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 denn bitte schön ein Stier. Ja? B-bitte? Mit Hörnern. Welche Probleme, äh, hat er gerade hier? Ach, herrje. Jetzt kann ich irgendwie das machen, was ich hier vorhatte. Ja, da geh ich doch drüber weg, oder? Ja, da geh ich hier drüber weg, kein Problem. Oh, Kloster und Dust, Kloster und Dust. Kloster und Dust, brauche ich. Kloster und Dust. Ne, das geht nicht, das geht gar nicht. Glaube ich jedenfalls, dass das nicht so gut geht. Ah, ich brauche nur noch zwei Plöcke, dann ist es fertig. Du, wie du, 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 du. Ja, genau so mache ich das. Ah. Nein, verdammt, wieder verrechnen, ich brauche noch sechs Plöcke. Gut. Hm, ähm, da ist der Fernand, äh, da ist ein Ding, okay, also klar, da kann der jetzt schon da rein, das kann da run, schau, na, nein, schau nicht, schau. Ich brauche Rabarber. Was, gab es auch gestanden? Gib mir Rabarber. Rabarber? Was willst du denn mit Rabarber? Rabarber- ripart. Rabar-r처. Rabar-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Wagar-r-r-r-barr-r r-r-r-r-r-r-r-r-r-r ich glaube das war nicht ganz richtig doch ja ganz bestimmt ganz bestimmt ganz bestimmt ich habe redstone dabei ja wie schön und hier sind doch bestimmt sticks im rohformat drin nein ich habe schon wieder die kiste umgedreht sehr schön close down das wo können wir den noch versteckt haben da vielleicht jolo jolo es fehlt mir ein kloster und das ich brauche keine fetten jetzt aber ist schon wieder passiert auch gott dabei habe ich noch holz holz so das müsste zack zack noch drei nein vier von denen das heißt ich brauche jetzt lass mich überlegen vier mal drei noch zwölf silikon das heißt ist okay 108 rubber ist warte mal wenn ich das jetzt auch noch irgendwie voneinander trennen könnte kind sie ich brauche 108 rubber ist in der arbeit ist in der arbeit ich glaube hier kommt jetzt sogar was an ich habe schon wieder die kiste umgedreht sieben stück sind hier harvester error nein der hat nur noch zu viel oak und zu viel verstopfung ach hallo guck mal da kommt der chef persönlich was ist da runter geflogen warum ist da ein rubber sapling runter geflogen ist oben zum ja weiß ich doch nicht ja weil oben die pipe verstopft ist und es läuft schon über gut ich muss hier gerade mal was ändern ja da kann er weg alles muss ich den aber ich hab mal die rubber produktion gesteigert ja danke du machst es ja nicht so geht das natürlich kann ihn oben lang laufen lassen ich voll idiot kein kommentar ich will niemals widersprechen ja alles noch da drin alles gut komisch dass ich da keinen brauch 57 jahre es läuft endlich mal warum produktion ja ja mit ihr der hohes runde der steam dynamo läuft nicht richtig der hat nur halb voll steam und produziert auch nicht genügend strom was nicht sein kann weil der harvester ja schon mal nicht mehr so gut arbeitet ja gut okay aber der plant aber das ist doch scheiße warum macht ihr das alles da rein gibt es doch nicht jetzt vielleicht auch nicht ich muss sie noch einmal kurz weg nehmen den steam dynamo und gerichte alles zusammen das darf denn gar nichts was willst du mir zusammenbringen ich habe was ich habe alles kaputt gemacht alles okay sehr gut das ist die das ist die kind sie wie man sie kennt what the fuck warum produziert er nur halben steam warum macht er den nicht voll was halben steam ja der hat hier der hat ja ein steam boiler der steam dynamo und der ist nur halb voll was hat der ein steam boiler ja um strom zu produzieren also ein dampfkessel und der dampfkessel ist nur zur hälfte voll warum was macht er da was soll das was tut ihr da was macht ihr da was tut ihr da der aquilis accumulator es ist normal dass der nur halb voll ist jetzt immer nur halb voll ach hör auf und warum produziert ein null strom verbrauch er produziert 80 rf das ist nicht null die geht direkt raus ich glaube der fernens und der harvester und der planter zusammen verbrauchen einfach zu viel für den also der fern ist braucht 20 das ist schon mal ein viertel so was haben wir da oben ich weiß gar nicht wie viel harvester und planter braucht keine ahnung aber der ist auf jeden fall voll geht aber leider nicht wie viel der braucht hast du zu wenig strom oder ja nee ich weiß es nicht eigentlich nur ja hier oben der hat fast keine energie dann muss da wohl noch was her ich muss was essen sonst wird euch tot aber du hast auch massig gedöhnt liegt mir kohle daneben was du eigentlich massig massig holz ja ja dann mach einfach noch einen zweiten daneben ja glaube ich auch mal macht da unten mach an den equeris accumulator ein fluid duck daneben und dann pflanzt einfach daneben noch ein brauchst nur eine energie pipe noch und muss halt außenrum hier noch kohle einspeisen ich wollte nur helfen ja das ist da oben vielleicht auch mal schneller ich klinge nur nicht so begeistert weil ich schon wieder basteln muss aber ist nicht so schlimm ist alles koppa wir haben noch genügend koppa kapanen und es ruckelt wie hier fähig da steht ein zombie vor meiner fresse und ich habe mein messer nicht in der leiste das ist nicht so sonderlich clever ich mach die tür zu wo es eigentlich meinen dass auch uns noch nicht voll ist nein verlammt da ist mein messer ich voll blinder aber echt voll blinder keine witzel über blinde menschen ok über blinde eichhörnchen meinetwegen kann lustig sein kann definitiv hallo zu mir ja schwer abspacken hier ist auch noch eine holzkiste da packe ich mal ein bisschen was rein hallo creeperlein na schwer abspacken was haben wir denn noch Pungie Stick brauchst du Pungie Stick klar ja mhm okay oh ich hab grad schon wieder Kopfkino unser Energetic Influencer wird gar nicht mehr ähm ja geladen ich muss kommt nicht gut ne stimmt der ist gerade vom System abgeschnitten aber wenn du willst kannst du ihn mit ans Magma nö 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 alles gut jetzt viel Arbeit ich brauche ihn jetzt auch richtig jetzt weiß ich wieder was ich wollte Fluidducks und dann brauche ich aber auch noch ein Steam Valamant Fluidducks war ich versuch's grad mal ohne nachzugucken Fluidducks Lied und Lassen von Liedern die Luft gesprungen hab ich gehört Witzig in der Hand ich werde Hans und ein Zombie ich habe angelesest Fluid nicht Fluidducks Fluidducks Kopper Super das brauche ich doch gleich was muss sowieso welches machen Scheiß drauf scheiß drauf da kann ich dir ein lied von singen hat den witz hatten wir heute schon wo im prof sag mal guckst du auf die uhr wir haben noch dritte anderthalb minuten okay dann wird es ja bald schon wieder zeit die man dann so 18 fluid überlegen reich für die nächste zeit ich wollte ich brauche doch noch was ist los mit dir kopf da machst du dann jetzt gleich so mal abmord ich krieg schon nur noch 45 sekunden ja dann mache ich lieber die abmord vielen dank fürs zuschauen nächsten mal baue ich noch ein steam der dynamo und wird mein energiesystem ein bisschen verbessern ich bin ja schon froh dass ich das mit dem harvester endlich geschissen bekommen hatte ich eigentlich keinen bock drauf das ding umzubauen naja wie dem auch sei vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal reingehauen tschüssi